Ravidou Retrouvé, herzlich willkommen. Der Zustrom von Bootsflüchtigen aus Nordafrika nimmt wieder zu. Seit Montag haben mehr als 10.000 Menschen die gefährliche Überfahrt nach Italien gewagt. Wieder sind Dutzende dabei ertrunken. Führungschaos bei der britischen UKIP. Nur drei Wochen nach der Wahl tritt Diane James, die neue Vorsitzende der Rechtspopulisten, wieder zurück. Und die Populistenfalle mit pöbelhaften Auftritten wie am Montag in Dresden versuchen die Rechtspopulisten, den politischen Diskurs in Deutschland zu diktieren. Es ist wahrscheinlich der nahende Winter, der die Menschen gerade jetzt wieder massenhaft zur lebensgefährlichen Fahrt über das Mittelmeer treibt. Mehr als 10.000 Flüchtlinge wurden seit Montag geborgen. Italien kann den Ansturm kaum. Die erste Rede von Wladimir Putin vor der neu gewählten Duma lässt Erinnerungen an die Sowjetunion aufkommen. Mit einer satten Dreiviertelmehrheit für die Kreml-Partei Einiges Russland kann sich Präsident Putin der Ergebenheit des Parlaments sicher sein. Und auch die derzeitigen Spannungen mit Washington in der Syrien-Frage lassen Erinnerungen an den kalten Krieg wach werden. Passend dazu ließ Putin die Duma als erstes den Aufbau eines russischen Luftwaffenstützpunktes in Syrien absegnen. Alexandra Jenicke. Damit zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA, wo gestern die erste und einzige TV-Debatte zwischen den beiden Vizepräsidentschaftskandidaten stattfand. Also zwischen dem Republikaner Mike Pence und dem Demokraten Tim Kaine. Einen großen Einfluss auf den Ausgang der Wahlen dürfte die Debatte kaum haben. Dafür sind beide zu blass und zu unbekannt. Wie das TV-Duell ausging, sagt Ihnen Marina Mekawich. Tja und es gibt eine Vorentscheidung für die Nachfolge von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Antonio Guterres, der ehemalige portugiesische Ministerpräsident und frühere Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks, bekam heute bei einer Probeabstimmung die meisten Stimmen im UN-Sicherheitsrat. Aber die Personalie muss noch ganz offiziell vom UN-Sicherheitsrat und von der UN-Vollversammlung bestätigt werden. Tja, so sehen Gewinner nun wirklich nicht aus. Aus gut drei Monaten, nachdem sie ihr wichtigstes Ziel, nämlich den Brexit, erreicht haben, steht die britische UKIP-Partei vor einem Scherbenhaufen. Kaum gewählt ist ihre neue Vorsitzende, Diane James, schon wieder abgetreten. Über eine wirklich kopflos wirkende Partei berichtet Frank Dörr. Und auch in Frankreich hängt der Haussegen bei den Rechtspopulisten schief. Der Streit zwischen Vater und Tochter Le Pen beschäftigt erneut die Justiz. Vater Jean-Marie versucht gerichtlich gegen seinen Parteiausschluss vom letzten Jahr vorzugehen. Sollte er wirklich seine Wiederaufnahme erreichen, wäre das für Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen eine wirklich dicke Kröte zu schlucken. Das Urteil wird in den nächsten Wochen erwartet. Tja, und in Deutschland herrscht weiter Fassungslosigkeit über die Bilder vom Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Mit nur ein paar hundert Demonstranten ist es der Pegida-Bewegung gelungen, den Festakt in einen Spießrutenlauf für Politiker zu verwandeln. Aber lassen sich die etablierten Parteien tatsächlich von hasserfüllten Pöblern die Themen diktieren? In Frankreich treibt der Front National die politische Klasse genau nach diesem Muster vor sich her. Eine Reportage von Anne Mayer. Zurück nach Frankreich, wo die Weinbauern in der Region Longuedoc mit einer schlechten Ernte rechnen. Rund 10 Prozent weniger Trauben als im Vorjahr. Schuld daran ist die hartnäckige Trockenheit. Es hat einfach nicht genug geregnet. Als Folge des Klimawandels müssen die Winzer auch in Zukunft immer wieder mit zu wenig Niederschlag rechnen. Im staatlichen Forschungsinstitut INRA versucht man daher, Alternativen für die Wassergewinnung zu entwickeln. Wie das funktionieren soll? Heute wurde auch ein weiterer Nobelpreis vergeben, und zwar der Nobelpreis für Chemie. Er ging an ein... Und zum Schluss besuchen wir noch eine in Afrika einmalige Einrichtung. Die Hip-Hop-Akademie in Pekine, einem der armen Viertel von Dakar. Gegründet wurde sie von Matador, dem Star der senegalesischen Rapper-Szene. Er bildet hier junge Talente aus und gibt ihnen das, was sie sich am meisten wünschen. Eine Zukunftsperspektive. Eine Reportage von Ulrike Dessler. Voilà, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Arteabend. Und wir informieren Sie auch morgen wieder um 13.20 Uhr und um 19.10 Uhr. Dann mit Nazan Göktemir. Merci, Air Tribune. Untertitelung des ZDF für funk, 2017